Hallo YouTube und herzlich willkommen hier auf dem Kanal von FIFA United zu einem neuen Video hier auf dem Kanal und ihr seht schon im Hintergrund wir haben heute den guten Marcelo Saracci am Start wir machen seine SPC ich habe jetzt lange nochmal überlegt ob ich den wirklich abschließen werde und ich bin zum Entschluss gekommen ja ich habe jetzt erstmal überlegt komme ich mit den Coins die ich jetzt mal dafür ausgegeben habe auch beziehungsweise auch ohne die Coins die ich dafür ausgegeben habe auf die beiden Spieler die ich für die nächste Weekend League holen möchte und ich bin zum Entschluss gekommen ja deswegen werden wir den guten Saracci abschließend mit einer der besten Linksverteidiger in der Bundesliga dann was auf jeden Fall die Werte angeht würde ich glaube behaupten wenn ich vielleicht sogar der Beste klar man kann sich darüber streiten Alaba ist halt dann schon vom Rating her und bei den meisten Stits besser muss man sagen aber wir haben im Endeffekt wir können es ja mal gucken ansonsten keine große Alternative mehr klar wir haben noch Nico Schulz als ansatzweise so schnell wie eben Saracci aber das ist dann halt auch der einzige noch mit der irgendwie auf das Temponiveau kommt und der sieht von den Werten halt im Verhältnis auch nicht so krass aus muss man ganz ehrlich sagen so dann hätten wir noch Roussillon und Vendel vielleicht die beide auch noch auf dem Niveau sind aber dann hört es halt auch schon auf wenn man so möchte und halt dann kommt man auch irgendwann in das Rating-Segment was man einfach nicht in seinem Team stellen möchte auch halt von der Optik her aber Saracci ist dann nochmal eine Special-Karte die sieht dann auch nochmal ganz schön nice aus muss man sagen aber ansonsten sind das hier halt so die Top 5 besten Linksverteidiger in der Bundesliga und no joke da finde ich halt Saracci optisch noch am stärksten und warum sollte man den dann nicht mitnehmen würde ich auf jeden Fall machen er kostet jetzt auch nicht so viel ich weiß gerade gar nicht wie viel genau er insgesamt kostet ich habe jetzt so knapp 30-40k ausgegeben für ihn, hatte aber auch noch ein bisschen was im Verein klar also hier nochmal der Direktvergleich zu Alaba, er ist schneller, 12 Tempo Punkte mehr ansonsten beim Dribbling um 2 schlechter merkt man denke ich mal jetzt nicht so unbedingt um 3 beim Schuss schlechter merkt man als Linksverteidiger jetzt in meinen Augen auch nicht so unbedingt um 1-2 Defending, da kann man dann auch ein Chemie-Segment anwenden, merkt man also auch nicht in dem Sinne gleichen passen und sogar eine bessere Physis und Physis merkt man dennoch finde ich am ehesten auf dieser Position Ausdauer ist auf jeden Fall mega nice, gut da ist Alaba zwar auch besser, aber dafür hat er die bessere Körperstärke, bessere Aggressivität gleiche Sprungkraft und ist einfach um ein Vielfaches schneller einfach und deswegen will ich den auf jeden Fall mitnehmen und kann den auf jeden Fall bestimmt einigen ans Herz legen wenn ihr den dann auch einigermaßen billig machen könnt und wenn ihr ihn überhaupt benötigt sage ich jetzt mal wir sehen das Team im Hintergrund, wir brauchen mindestens 3 Spieler aus der Bundesliga maximale 2 Spieler mit der selben Nationalität dürfen vorhanden sein, wir brauchen einen Inform- oder einen 4 Champions Spieler ich habe mir jetzt hier meinen roten Rami reingestellt, ansonsten ein 84er Rating benötigen wir ebenfalls so eine 80er Chemie die 80er Chemie habe ich exakt erreicht, wir haben 1, 2, 3, 4, 5 Spieler auf Loyalität wir könnten noch einmal umformen, noch einmal umformen, dann könnten wir hier auch auf mindestens 2 oder 3 Chemie-Punkte kommen dann sind wir schon bei 4 und hier könnte man auch nochmal locker auf 3 oder 5 oder so kommen also wenn ihr hier alle umformen würdet, ich meine das kostet auch nochmal ein Heiden-Geld aber, oder ein Heiden-Coins in dem Sinne aber wenn ihr das tut, dann würdet ihr auch ohne Loyalität auf die Full-Cam kommen also natürlich erstmal den guten Angel Di Maria umformen dann den guten Max Kruse vorne umformen Ibra vielleicht auch noch und ich glaube dann reicht es noch nicht ganz also ihr bräuchtet wahrscheinlich nicht mal mehr Ibra umformen sondern einfach nur Falcao und dann würde es glaube ich reichen man könnte hier auch noch na wobei Glick bringt dann auch nichts mehr in dem Sinne von daher passt es auch so ja ich würde sagen das auf jeden Fall solide wir geben das Ganze hier ab Lopez habe ich als First Owner 6k oder 6,5 sagen wir mal jetzt für Marquinhos ansonsten 1,5 dann sind wir bei insgesamt 8k ja kann man machen 8k plus 9,5 sind wir bei 17,5 äh 17,5 sind wir bei 22,23k sagen wir jetzt einfach mal 23k sind wir bei 31,5 und bei ja sagen wir mal 35k habe ich jetzt knapp für den guten Herrn ausgegeben plus die Sachen die ich halt selber am Verein hatte wie ein Rami als roten halt in dem Fall ein Bayley der aber auch nichts kosten dürfte genauso wie Max Kruse der nichts kosten dürfte und ein Lopez kostet auch nochmal so 3k ungefähr Kim Peppe kostet bestimmt auch nochmal 4,5k genauso wie Marquinhos ungefähr vielleicht noch ein bisschen denkt man noch ein bisschen weniger aber ja ich finde das ist auf jeden Fall nicht so teuer wie man es vielleicht erst denken mag ich habe mir sogar erst Rabiot gekauft habe dann gesehen dass es nicht reicht habe sogar erst Sabitzer hier drin gehabt habe dann aber gesehen ah mit Rami wird es auch gehen und Rami liegt mir in dem Sinne nicht so am Herzen wie ein Sabitzer Sabitzer liegt mir jetzt auch nicht groß am Herzen aber da kann ich Rami eher verkraften weil Rami werde ich nie spielen und hat auch echt scheiß Werte und der hat mir auch nicht so gut gefallen damals und naja weg damit wir holen uns den guten Sarachi am Start oder wir haben den guten Sarachi dann am Start heute gibt es auch kein Pack mehr hinten ran ich habe mich jetzt dazu entschlossen dass ich meine ganzen Packs die ich ab heute bekomme also Weekend League Belohnungen ETC die werde ich mir alle fürs Team of the Year aufbewahren und von daher ja öffne ich jetzt hier keine Packs mehr hinten ran wir sehen den guten Sarachi wie im Barcelona Trikot müsste es sein glaube ich rauskommen in dem pinken sogar im Endeffekt habe ich gerade einfach aktiviert weil im Squadbilder vorhin da habe ich nämlich ja immer Trikots in den Team of the Week Squadbildern von Informs aus dem Squad und da war halt Barcelona in dem Fall dabei deswegen das Barca Trikot hier am Start wie gesagt eine richtig richtig geile linksvorteilige Karte in meinen Augen eine der besten wenn nicht die beste in der Bundesliga und ja halt auch was da im Value angeht klar Alaba kostet im Moment unter 30k und den kann man dann auch wieder verkaufen aber ich finde der sieht echt deutlich stärker aus man muss halt gucken wie er sich denn spielen lässt ich nehme auf jeden Fall mit und würde sagen Leute das war es dann auf jeden Fall von diesem Video ich hoffe es hat euch gefallen lasst mir einen Kommentar da ich würde sagen wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder bis dann haut rein und ciao